Ja Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Blanz vs. Zombies. Wir spielen heute den Maler, eine neue Variante vom Ingenieur und ich bin gespannt, was wir mit ihm so reißen werden. Denn den Maler habe ich schon eine ganze Weile, eigentlich einer meiner ersten Charaktere, die ich hier im Spiel bekommen habe. Aber dennoch, ich habe ihn so gut wie nie gespielt, weil er mir irgendwie nie zugesagt hat. Jetzt haben wir mit dem Maler alle Upgrades und mal sehen, ob die irgendwas bringen werden, dass wir hier richtig dick Punkte machen. Wir haben hier so eine Armbrust in der Hand und schießen natürlich mit Farbe. Und wenn wir treffen, machen wir ziemlich viel Damage. 45 ist eine ganze Menge Holz. Da kriegen wir den hier oben, wäre schon ganz cool. Zack, zack und weg damit, sehr schön. Genau so will ich das sehen. Ingenieure sind die Besten. Boah, machen wir Punkte. Wir machen so viele Punkte. Megafon. Wie kann das Megafon nicht funktionieren? Das ging genau in seine Richtung. Na toll, Graf Schnappol hat mich gefressen. Egal, wir kommen wieder rein. Der Garten hier wird schon eingenommen. Die Zombies, die rushen wieder durch. Die kennen da nix. Na, ein bisschen Verteidigung. Nice. Direkt hier rüber zum nächsten. Kein Problem. Und der Teleport steht. So, ja, wir machen hier die Verteidigung mit den Zombots. Die kann man zweimal aufrüsten. Bis zu Typ 3. Oh, eine Sonnenblume. Eine Sonnenblume. Vernichtet sie. Na toll. Nicht mal eine Vorlage bekommen. Obwohl wir doch relativ viel Damage gemacht haben. Es wird Zeit, dass wir hier ein paar Kills holen. Und das machen wir wie richtig mit der Drohne. Hier ist einiges los. Hier ist einiges los. Na, die haben diesmal wirklich ziemlich viele Schnapper. Normalerweise dominieren wir immer die Erbsenkanonen. Und da drüben natürlich MG-Erbse. Wenn mir irgendwas hier Probleme macht, immer so eine MG-Erbse. Egal, wir düsen durch. Ich hole mir hier den Teleport. Leute, Rückendeckung geben. Ein wichtiger Mann ist hier am Werk. Hier kommt die Heilung und der Teleport steht. Von wo werden wir bombardiert? Oh, da drüben. Die Taktee kommt. Sehr schön getroffen. Vorlage leider nur. Und. Ist der benommen? Wieder nicht benommen. Yes, meiner. Ich brauche Heilung. Ganz dringend. Und noch einer weggeholt. Boah, ich brauche Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Dankeschön. Großes Dankeschön. Als hätte er geahnt, was wir wollen. Alles klar. Hier werden wir wieder frisch. Sehr gut. Typ 2. Machen wir Typ 3. Ist jemand hinter mir? Man hört hier immer die Schnapper. Na, hier drüben. Da sehe ich doch einen. 3er Serie. Nice. Na, wo gehen wir hin? Komm, wir machen hier nochmal den Drohnenflug. Ich würde auch ganz gerne mal die neue Drohne sehen. Aus dem DLC. Die habe ich immer noch nicht freigespielt. Soll ja ganz cool sein. Denn da kann man einzelne Bomben abfeuern. Würde mich mal interessieren, ob das mehr Sinn ergibt. Egal, jetzt bomben wir sie erstmal hier schön weg. Na, komm, noch ein Kill. Den habe ich gut getroffen. Oh, da werden wir weggeholt. Ein sauberer Schuss von irgendeiner Erbse. Immer schön rein hier. Zack. Vierer Serie. Eine Sonnenblume. Nieder mit der Sonnenblume. Alles klar, ich bin drin. Den hätten wir. Okay, hier durch. Undercover. Der nächste Teleport. Na, wie komme ich da am besten hin? Oh, da ist jemand schneller. Mist. Meine Punkte. Wow, wow, wow. Eine Kaktee rennt hier rum. Nice. Okay, die Drohne ist bereit. Es wird Zeit. Es wird Zeit für den ultimativen Drohnenangriff. Wir sammeln uns hier hinten. Und dann düsen wir los. Es gibt einiges zu holen, wie man sieht. Oh, meine Drohne hat so einen leichten Hänger. Fehlfunktion. Störung. Und hier hin. Sechser Serie. Alle Minen entfernt. Und wir nehmen schon wieder den nächsten Garten ein. Das geht hier ruckzuck. Das ist hier unaufhaltbar alles. Wir schauen mal, dass wir hier nach vorne kommen. Sonst bin ich wieder viel zu weit hinten. Na, hier noch aus der Ferne ein bisschen mithelfen. Ich bin unterwegs. Der Malermeister. Hämmert sich seinen Weg Richtung Teleport. Alles klar, ich bin hier. Nice. Wenn wir den kriegen, sieht gut aus. Niemand in der Nähe. Nach links, nach rechts schauen. Und steht. Verteidigung. Steht. Sieht doch alles hier ziemlich gut aus. Wow, 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 wow. Nein, mein Teleport. Nein. Egal, 100 Punkte umsonst. Wir machen ihn wieder fit. So ein Gauner da oben. Bombardiert hier meinen Teleporter. Sehr schön. Einmal hier durchgetackelt. Alles klar, wir haben die Verteidigung. Jetzt brauchen wir die Drohne. Na, mal sehen. Wo rennen hier die Pflanzen rum? Wahrscheinlich wieder alle da oben in der Villa drin. Obwohl, hier sind auch einige. Ich versuche mein Glück. Also, einen hätten wir. Schon wieder eine 8er Serie. Na, die Minen können wir auch noch wegholen. Ein bisschen höher. Sehr schöner Drohnenflug. Mann, wir rushen hier durch. Wir machen einen sehr guten Job. Ob ich gegen den gewinne? Er rennt. Vorlage, da war eine Mine. Oh nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Rückzug. Garten einnehmen. Nice. Und rüber zum nächsten Teleport. Okay, keine Energie mehr. Der Sprit ist alle. Aber der Weg sieht gut aus. Sehr sauber. Da kommen wir hin. Da kommen wir hin. Das Ding hier ist doch im Kasten. Wir haben so gut wie gewonnen. Und die Drohne ist auch wieder ready. Noch ein bisschen Verteidigung. Und wir machen den Drohnenflug. Am besten hier. Hier stehe ich gut. Schwupps. Okay, hier drüben stehen einige. Aber die teilen sich gerade. Egal, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Yes, der kommt da niemals raus. Neuner Serie. Und wir machen so dick Punkte durch den Teleport. Wahnsinn. Also wenn man ganz schnell hier die Münzen haben will. Ingenieur spielen. Teleport aufstellen. Und los geht's. Unschlagbar. Richtig gut. Richtig geil, finde ich. Und dann kriegen wir den hier oben. Yo, den hätten wir. Zehner Serie. Elfer Serie. Sonnenblume. Ich bin auf dem Weg. Zum nächsten Teleport. Aber hier sind die Nüsse im Weg. Dicke, fette Nüsse sind mir im Weg. Oh, ganz enges Ding. Ich dachte schon, wir werden getroffen. Renn, 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 renn. Yes, ich bin hier. Immer wieder ganz vorne. Das ist meine Strategie. Bams. Der hat gesessen. Endlich. Oh nein. Jetzt bin ich am Ende. Jetzt bin ich am Sack. Boah, ich lebe noch. Mega luck. Boah, 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 boah. Nein, komm. Oh, 3 HP. 3 HP. Großes Kino. Ganz großes Kino. Träume werden wahr. Träume werden wahr. Der Maler hier unaufhaltbar. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Gut. Ein bisschen Rückzug. Wieder ein bisschen hier mit der Drohne rumfliegen. Roig, roig, roig. Irgendjemand sieht mich. Einer ist drin. Okay, der Teleport steht. Na, der ist so wendig. Na, also. Geht doch. 13 Kills. Sieht gut aus. Noch eine Wiederbelebung. Immer wieder hier schön fürs Team. Und die Heilung sollte man mitnehmen. Wenn man hier seine Serie behalten will. Na, was ist hier los? Was ist hier los? Nein, 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 nein. Ist das mein Ende? Ist das mein Ende? Boah, ich lebe noch. Ich lebe noch. Heilung, Heilung. Sehr gut. Drei sind drin. Wir tanzen hier um die Heilung rum. Heilung, Heilung, Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Okay, wir haben gewonnen. Schnell noch hier vorne hin. Wo bin ich denn? Oh, nein. Nein. Egal, wir haben so abgeräumt. Wir haben so dermaßen gut abgeräumt. War eine ziemlich geile Runde mit dem Maler. Jetzt hat man den auch mal gesehen. 14.000 Punkte. Wow. Kann sich sehen lassen. Bin gespannt, wo wir stehen. Ganz oben natürlich. Wahnsinn. Wahnsinn. 15 Kills. 2 K.O. Eine sehr schöne K.D. Wir sehen uns dann wohl in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Lasst eine Bewertung da. Und... Tschüss.